Shalomi Babuni, meine Gugulis. Hier kommt Staffel 2, Part 1 von Enzo Story-Videos. Als Enzo in Stuttgart angekommen ist, stieg er raus aus dem Zug. Da sind fünf Eichhörnchen, die ein Gruppenbespräch über Nüsse-Business hatten. Einer von ihnen riechte was Komisches und fand heraus, dass Enzo ein Eichhörnchen ist. Deswegen attackierten sie, Enzo aber Enzo mit seinen KFC-Eistani-Skill, klatschte sie alle weg und grillte sie. Nachdem Enzo die Eichhörnchen grillte, ging er durch Stuttgart spazieren und sah ein Riesenrad. Er kaufte sich ein Ticket für das Riesenrad und stieg ein, aber auf einmal fing das Riesenrad weg zu rollen. Deswegen rief er, Mehen and damit Mehen mit ein Helikopter kommt und ihm hilft. Enzo sprang auf dem Helikopter und bestellte sich bei Temu einen KFC-Laden für nur 69 Cent und baute es vor dem Riesenrad. Und weil jede KFC-Laden unzerstörbar und safe ist, hatte das Riesenrad Respekt vor KFC-Laden und spawnte weg. Und wenn du mir noch nicht folgst und Enzo nicht abonniert hast, dann sorge ich dafür, dass du für den Rest deines Lebens bei McDonalds arbeiten musst. Aber wenn du es gemacht hast, dann küss mich. Ciao. Like das Video, damit du auch wie Enzo KFC istanische schwarze Gürtel hast und dich beschützen kannst.